Hey, hey! Freut mich, dass ihr wieder hier gelandet seid. Heute mal wieder mit einem fancy Thema. Die Resultierende. Denn es kamen von euch auch immer mal wieder Fragen dazu rein. Luzi, was ist die Resultierende? Luzi, wie wird die grafisch ermittelt? Was ist der Unterschied zum ZEK? Keine Panik, liebe Leute, ich klär das für euch. Oft geht es in der technischen Mechanik ja darum, eine Resultierende Kraft zu bestimmen. Das ist genau dann der Fall, wenn mehrere Kräfte an der gleichen Stelle eines Körpers einwirken. Und genau das wird dann ja auch zentrales Ebenes-Kraftsystem genannt. Was das nochmal ist? Also, ein zentrales Kraftsystem liegt dann vor, wenn beliebig viele Kräfte an einem Körper angreifen und wenn sich ihre Wirkungslinien alle in einem Punkt schneiden. Liegen die Kräfte in einer Ebene, wird zusätzlich vom zentralen Ebenen-Kraftsystem gesprochen. Perfekto! Jetzt wisst ihr es wieder! Okay, nehmen wir zum Beispiel an, dass Wolfgangs Hunde alle in unterschiedliche Richtungen ziehen. Die vier Kräfte können wir durch Kraftpfeile kennzeichnen. Die haben jeweils eine unterschiedliche Länge, da die Hunde ja auch mit unterschiedlicher Stärke an Wolfgang ziehen. Ja, und jetzt ist die Frage, in welche Richtung Wolfgang gezogen wird. Wir treffen die Vereinfachung, dass auf Wolfgang keine anderen Kräfte, wie zum Beispiel Reibungskräfte, wirken. Dafür müssen wir die resultierende Kraft oder kurz die resultierende bestimmen. Das ist also die Kraft, die letztlich auf Wolfgang wirkt. Dafür müssen wir die Einzelkräfte zu einer Kraft zusammenfassen. Die Wirkung der resultierenden entspricht nämlich der Wirkung aller einzelnen Kräfte zusammen. Für die grafische Ermittlung erstellen wir zunächst ein Freikörperbild. Anschließend nehmen wir uns das sogenannte Kraft-Eck zu Hilfe. Einfach die Kräfte aneinanderreihen und gegebenenfalls die fehlende Kraft einzeichnen. Was das alles sein soll, zeige ich euch! Um für unser Beispiel ein Freikörperbild zu erstellen, messen wir erstmal mit dem Kraftfedermesser die wirkenden Kräfte und mit dem Geodreieck die Winkel. Da wir das Ganze grafisch lösen, brauchen wir einen Maßstab und hier entspricht eine Längeneinheit, 20 Newton. Dann können wir die Kraftfeile entspannt anhand der Winkel und des Maßstabs in das Freikörperbild übertragen. Was macht aber an dieser Stelle nun das Kraft-Eck? Das Kraft-Eck ist die grafische Figur, die entsteht, wenn wir unsere vier Kraftvektoren so verschieben, dass die Anfangspunkte der folgenden Kraft mit dem Endpunkt der vorhergehenden Kraft übereinstimmen. Voila! Wir hängen also die Kräfte aneinander wie eine Kette. Durch dieses Vorgehen können wir schließlich die resultierende Kraft bestimmen, die durch die Vektoraddition entsteht. Die Verbindung zwischen dem Endpunkt und dem Ausgangspunkt ist dann schließlich unsere gesuchte resultierende Kraft. Ja, danke für die Frage, Sophie! Tatsächlich ist das Kräfteparallelogramm ein Sonderfall des Krafteggs. Da werden ja nur zwei Kräfte betrachtet. Wie ihr seht, ist das Kraft-Eck keine geschlossene grafische Figur. Bei einem offenen Kraft-Eck ist die resultierende ungleich Null und entsteht quasi aus der Verbindung vom Startpunkt der ersten Kraft, hier F1, und dem Endpunkt der zuletzt verschobenen Kraft, hier F4. Der Körper wird durch die resultierende Kraft Fr in die angezeigte Richtung beschleunigt. Ihr wisst, in ein Koordinatensystem gepackt, könnt ihr die Kraft auch mit einem Lineal und einem Maßstab ablesen. Die resultierende Kraft, die auf Wolfgang wirkt, hat eine Länge von vier Längeneinheiten und eine Richtung mit einem Winkel von rund 30 Grad. Mit dem Maßstab rechnen wir es wieder um. Das bedeutet, dass wir Fr mit folgender Formel rauskriegen. Fr ist gleich vier Längeneinheiten durch eine Längeneinheit mal 20 Newton. Und Fr ist damit 80 Newton. Würden die Kräfte eine geschlossene Kette ergeben, dann wäre die Wirkung auf Wolfgang gleich Null und er und seine Hunde würden sich nicht bewegen. Das heißt, es hat sich ein Gleichgewicht eingestellt. Ähm, das wäre zum Beispiel der Fall, wenn die Kraft F4 anders aussehen würde. Übrigens, im Video zum Gleichgewichtsaxiom könnt ihr euch nochmal zum Gleichgewicht eines Kräftesystems schlau machen. Also, nochmal zum Vergleich. Entsteht eine offene Kraftkette, gibt es eine resultierende Kraft, die eine äquivalente Wirkung zu allen Einzelkräften zusammen hat. Die resultierende ist die Lücke zwischen dem Angriffspunkt und Endpunkt des zuletzt verschobenen Kraftpfeils. Der Körper wird beschleunigt. Bildet sich beim Verschieben eine geschlossene Kraftkette. So befindet sich der Körper im Gleichgewicht und erfährt keine weitere Beschleunigung. Alright. Ähm, oh, ich sehe gerade, dass Bianca fragt, ob die Reihenfolge der Kräfte wichtig ist. Danke für die gute Frage. Und, ähm, nein, die Reihenfolge der Kräfte im Krafteck spielt keine Rolle, da bei der Addition und Multiplikation von Zahlen und Vektoren ja das Kommutativgesetz gilt. Okay? Ähm, können wir uns ja direkt nochmal anschauen. Also, ich setze mal die Pfeile anders zusammen. Und, bäm, die resultierende ist die gleiche. Ach so, ihr fragt euch sicher, in welche Richtung Wolfgang denn nun gezogen wird? Na, Logo! In die Richtung der Resultierende natürlich. Die Resultierende lässt sich also grafisch durch das Krafteck bestimmen. Es geht aber auch wieder analytisch. Und zwar durch die Zerlegung der Einzelkräfte in ihre Komponenten und die Zusammenfassung der Komponenten in X- und Y-Richtung. Aber dazu habe ich natürlich ein extra Video für euch. Alles klar soweit? Ich fasse nochmal zusammen. Greifen mehrere Kräfte an einem starren Körper in einem Angriffspunkt an, können sie zu einer resultierenden Kraft zusammengefasst werden. Die Resultierende ist eine wirkende Kraft, die allen einzelnen wirkenden Kräften zusammen entspricht. Die Resultierende kann grafisch mithilfe des Kraft-X bestimmt werden. Dabei werden durch Parallelverschiebung alle Kräfte aneinandergereiht und die resultierende Kraft ergänzt. Wenn sich der Körper im Gleichgewicht befindet, dann ist die Resultierende null. Okay ihr Lieben, wie ihr seht, ist die Resultierende easy zu lösen und ihr müsst dafür keine Cracks sein. Ich freue mich über eure Fragen und Rückmeldungen in den Comments. Bis zum nächsten Mal! Eure Luzi